Der Puff spielt mit der Nehle. Was? Spiele in der Nehle spielen. Ich verstehe dich. Ich verstehe dich in der Nehle. Ich weiß nicht, wie ich das Spiel in der Nehle spielen soll. Spiele! Spiele! Buffy! Und er will nicht spielen den Nehle. Hold up fighting! Prüft raus und sind in der Nehle!